Moin zusammen! Ja, es regnet nicht. Das ist schon das einzig positive. Es ist echt kalt geworden in Deutschland. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Q-Checks und heute habe ich die Zoe ZE50 im Angebot und das Fahrzeug hat eventuell noch ein bisschen was vor. Mira und der Frank, die wollen nämlich damit zum Nordkap und jetzt check ich erstmal inwieweit da die Qualität stimmt. Hat für eine Tour zum Nordkap mal gar nichts zu tun, aber mich interessiert es einfach auch. Also wenn es euch interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro geht es dann sofort los mit der Zoe ZE50. Okay, also an dieser Stelle bin ich normalerweise dabei und erkläre nochmal das ganze Thema Q-Check. Hab mir aber gedacht, bevor ich so viel Sammelwasser trinken muss, dass das immer in das Video reinpasst, mache ich dazu ein separates Video. Das verlinke ich jetzt mal eben hier oben. Dann können die, die nicht wissen, um was es hier im Q-Check geht, bei eben da raufklicken. Die anderen freuen sich einfach darauf, dass ich jetzt bewaffnet wie immer mit meinem Spaltmaß leeren und natürlich mit meiner Leuchte dem auf Grunde gehe, was hier von den Franzosen zusammen gebastelt wurde. Ich bin ganz gespannt, ganz ehrlich, weil das Auto ist schon wirklich langer Markt. Jetzt nicht in der Form als ZE50, aber grundsätzlich wird die Zoe natürlich schon über einige Jahre gebaut und ist in Europa mit dem Nissan Leaf 1 das am längsten gebaute Elektroauto am Markt und das sollte man natürlich tatsächlich in der Qualität wiederfinden. Auch wenn vielleicht die Plastikteile günstiger sind, ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch bei einem Fiat 500e oder jetzt andere sagen bei die 3. Hat aber nichts damit zu tun, dass auch Plastik gut zusammengebaut werden kann und eben nicht irgendwelche scharfen Kanten erzeugen, irgendwelche Maße nicht passen und so weiter. Das genau gucke ich mir jetzt an. Seid dabei, jetzt geht's los. Wir machen den Q-Check der Zoe ZE50 und danach gibt es natürlich die Zusammenfassung. Musik 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 Okay, ich bin soweit durch mit der Zoe ZE50, ich habe meine Kamera hier, ich mache das Kameralicht schon mal an. Das Ergebnis, das kann ich euch jetzt ja natürlich schon mal mitgeben, so, Licht ist an. Und zwar ist das Ergebnis der Zoe gut. Es ist wirklich gut. Also wir sprechen jetzt hier von 23 Gesamtpunkten, die sich so aufgliedern. Dazu blende ich das mal eben ein. Wir haben 23 Punkte, natürlich keine Kategorie 1. Alle Reifen, alle Räder sind richtig, hinten steht Zoe drauf, passt. In der Kategorie 2 haben wir 3 mal diese aufgeführt, das sind in Summe also 15 Punkte. Und 8 mal die Kategorie 3 sind in Summe also 23 Punkte für die Zoe, wo sie nachher im Ranking landet. Das zeige ich euch dann. Lasst uns jetzt mal eben die Fehler angucken. Und wir fangen natürlich an mit den Kategorie 3 Themen. Ja, ich habe die Haube jetzt nochmal offen gelassen. Das hat einfach einen Grund. Da sehen wir nämlich zuerst schon mal ein Thema. Das will ich euch mal eben zeigen und das ist hier oben der Fanghaken. Der ist tatsächlich hier schon dermaßen abgeschlagen. Hier in dem Bereich, seht ihr das? So und auch hier an der Seite hier deutliche Abschläge zu erkennen. Das ist nicht sonderlich schön. Dass die hier ein bisschen mager lackiert ist und so weiter, das hat die Zoe in Summe über das ganze Fahrzeug. Auch jetzt hier hinten, wenn man hier so ein bisschen reinguckt und so. Das ist so. Es gibt aber auch ein Thema zum mager lackierten. Das möchte ich euch dann nochmal zeigen, weil das finde ich dann auch nicht schön. Aber dazu später. Also Haube zu, weil die brauchen wir später nochmal. Das war der erste Kategorie 3 Thema. Dann gucken wir uns an. Also das Auto ist wirklich noch jung. Eine Woche alt. Und damit können wir das hier ausschließen, dass das von den beiden Fahrern kam. Hier diese Kratzer, die kann ich auch nicht wegwischen. Das ist irgendein klar lacker Thema oder so. Die sind ganz gerade. Man merkt sie nicht. Also wenn ich mit dem Fingernagel drüber gehe, keine Chance. Ja, von daher, keine Ahnung, wie der herkommt. So, nächstes Thema ist der Lackabplatzer in der Tür. Auch der, ich arbeite heute übrigens ohne diese Aufkleber, weil die Punkte sind alle so eindeutig. Das, was hier so hell leuchtet, was euch hier so ein bisschen anleuchtet, hier das hier. Das ist ein Lackabplatzer. Und auch der, der leuchtet wirklich hell. Wenn ich erstmal eben so zurückgehe, dann sieht man ihn immer noch. Da ist er. Ja, hätte man vielleicht auch Kategorie 2 geben können. Ich habe jetzt Kategorie 3 draus gemacht. Wir haben Tür vorne rechts, die Gummidichtung. Ja, die Gummidichtung, damit meine ich die hier, die sehr prominent sich hier so ein bisschen in der Fuge abbildet. Das ist auch nicht ganz so schön. Die kann man so ein bisschen zurechtdrücken und zurechtdrücken, aber dann sieht die immer wieder hier aus und guckt dann so an. Ist auf der anderen Seite gar nicht so vorhanden. Also, für mich Kategorie 3. So soll das nicht aussehen. Dann haben wir den Schmutzfänger hinten rechts. Ja, nee, warte mal. Ich zeige euch jetzt mal das einzige Thema im Innenraum. Der Innenraum, der SUI ist nämlich richtig top. Wirklich, muss ich euch sagen. Die Kunststoffe sind so, wie ich es sich zu erwarten habe. Insofern, also da ist natürlich viel Stoff und so weiter. Aber das ist alles gut verarbeitet. Ist natürlich harter Kunststoff. Hier ist es weich, aber zum Beispiel die Tür verkleinert und so weiter. Aber alles tiptoch verarbeitet. Kann man nichts sagen. Das einzige Thema, was wir haben, ist hier die Kabeldurchführung. Hier oben liegt der überhaupt nicht richtig an. Müsste so anliegen. Tut er nicht. Geht immer weg. Wenn man jetzt aber dahinter guckt, sieht man, dass da unten noch eine weitere Gummidichtung kommt. Sonst hätte ich gesagt, das könnte man noch Kategorie 2 nennen. Weil sonst Gefahr läuft, dass da natürlich Wasser in die Kabeldurchführung reinläuft. Und das wäre schlecht. Und ja, also ich denke, ich... So, jetzt zeige ich es mal. So. Auf der anderen Seite auch so nicht vorhanden. War es im Innenraum. Wie gesagt, Innenraum sonst tippitoppi. Wir haben also Tür vorne rechts die Gummidichtung. Und das ist nämlich das Thema hier. Wir haben hier diese Gummidichtung, die hier aufmacht und dann wieder rangeht. Und genau in diesem Bereich hier seht ihr das. Da macht die Gummidichtung auf. Und ist dann hier wieder dran. Es ist nicht schön. Kann man auch nicht wirklich nachdrücken. So. Guck mal, Türgummidichtung vorne. Gummidichtung. Schmutzfänger hinten rechts lose. Also, ich zeige euch das mal auf der... Links lose. Ich zeige euch das mal auf dieser Seite. Der Schmutzfänger hier. Ich kann da so hinter gehen. Da passiert gar nichts hier. So. Nix. Wenn ich das aber auf der anderen Seite mache. So. Das seht ihr schon hier vom Abstand. Da. Da ist dieser ganze Clip, der dahinter ist, der das halten soll. Der ist gebrochen oder so. Ich weiß es nicht. Kriegt man auch gar nicht mehr richtig dran hier. Also, der hält natürlich, weil er noch mehrfach geklippt ist, hier oben und da unten. Aber hier. Da eben nicht mehr. Kategorie 3. Dann haben wir... Ja, jetzt haben wir nämlich das Thema Mager lackiert schon. Genau. Das ist nämlich ein Thema. Und hier stört es mich dann. Also, es ist Innenraum. So. Upsi. Sorry. Und zwar... Uiuiui. Ist das diese Stelle da? Ich finde es einfach nicht schön. Klar ist das hier im Bereich der Scharniere auch der Fall. Da sind überall so ein paar mager lackierte Stellen. Aber auch hier unten. Da. Da stört es aber keinen. Finde ich. Nur wenn ich aussteige, ich gucke da automatisch drauf. Genau auf diese Stelle. Überhaupt nicht schön. So. Und somit habe ich gesagt, nee. An der Stelle, Kategorie 3, das passt mir gar nicht. So. Das waren jetzt die Kategorie 3 Themen. Jetzt kommen wir zu den Kategorie 2 Themen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Und zwar... Wir reden über die Motorhaube. Die Motorhaube zu den Kotflügelspitzen. Die Kotflügelspitzen, damit meine ich, das sind die Spitzen, die hier unterstehen. Aber wir reden auch über den Bereich hier oben. So. Also, Kotflügel hier zum Kotflügel da. So. Und zwar haben wir hier, wenn ich hier so rüberfühle, einen leichten Unterstand. Und in diesem Bereich haben wir einen leichten Überstand der Haube. Also, die Haube steht hier leicht über und da unten, diese Spitze, geht hier leicht unter. Auf der anderen Seite haben wir nahezu keinen Überstand. Das ist nahezu plan. Und hier haben wir einen deutlichen Unterstand. In Zahlen ausgedrückt, links zu rechts, reden wir da von 0,5 auf der Seite hier Unterstand zu einem Unterstand von 2 Millimeter. Und das wiederum sind eine Abweichung von 1,5. Was man sieht, ist, dass es hier oben auch so einen leichten Versatz hier oben gibt. Den hier. Den man auf der anderen Seite hier gar nicht hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass der ganze Kotflügel, der sich ja erstreckt, von hier oben, hier, dann geht er hier in die Spitze, geht hier weiter und geht runter, dass der ganze Kotflügel, der müsste vielleicht nochmal eingestellt werden. Kommt eventuell dann auch dem nächsten Thema zugute. Ich weiß es aber eben nicht. Und das ist das Thema. Der nächste Punkt. Die Tür. Der Unterstand nämlich vorne. Also, die ganze Tür ist irgendwie in sich verdreht. Verdreht heißt, als wenn sie so gekippt ist. Das habe ich euch auch schon mal erzählt. Wir haben hier unten, gucken wir auf die Kante drauf, der Tür. Dann haben wir hier einen Vorzeichenwechsel und hier steht dann die Tür sauber unter. Also, ich habe hier diesen schuppigen Aufbau, den ich immer wieder erwähne. Und das ist sauber. In Summe heißt das aber, dass wir hier einen Unterstand haben von 0,8 im Minus. Hier 0,8 im Minus zu hier. Das ist gut. 0,8. Und hier oben unten haben wir einen Überstand. Das heißt, die Tür steht über einen Millimeter über. Sind also eine Diskrepanz in Summe von oben 0,8 Minus auf 1,0. 1,8 Millimeter in Summe. Die Türen zueinander jetzt hier, stehen gut zueinander. Und dann haben wir abschließend das letzte Kategorie 3 Thema. Und auch hier ist die ganze Tür zu weit nach innen, oben, oben am Dach. Das sieht man jetzt nämlich an der Stelle hier. Also, ich habe hier meinen leicht schuppigen Aufbau. Total gut. Und dann geht es hier rein. Ab hier ist sie drin. Hier den Höhepunkt hat einen Unterstand von 1,2 Millimeter. Das heißt, in diesem Bereich steht sie dann 1,2 Millimeter unter. Und das darf natürlich so auch nicht sein. Ja, was heißt das darf nicht sein? Dem normalen Kunden fällt das nicht auf. Aber es sorgt dafür, dass irgendwann der Dreck, der hängt hier dran. Ich könnte mir vorstellen, dass es genau in diesem Bereich bei der Tür dann hinten für die Passagiere auch Windgeräusche gibt. Weil der Wind bricht sich genau oben da an der Kante. Das könnte man hören, bin ich ziemlich sicher. Gut, das soll es dann schon gewesen sein. Das war nämlich alles. Das waren in Summe 11 Punkte. Ein wirklich gutes Ergebnis der Zoe. Und somit kommen wir mal eben zum Fazit. Ja, machen wir ein bisschen Licht für mich. Ach, so. Kann ich ja so Licht machen, ne? Oder ich stelle mich einfach hier, ne? Ah, ne. Die Zoe hat nämlich jetzt mit 23 Punkten, ist sie ein Punkt schlechter als der Polestar 2, was ein absolut gutes Ergebnis ist. Muss man ganz klar sagen. Sie landet im Mittelfeld, landet natürlich vor meinem ID.3, was ja nicht wirklich ein Kunststück ist. Landet aber auch dann eben vor Fahrzeugen wie dem Kona, wie im Ioniq. Und auch vor einem Fahrzeug wie dem Model 3 natürlich. Also. Ein günstiges Elektroauto heißt nicht automatisch, dass man hier auf Qualität verzichten muss. Absolut solides Mittelfeld. Tolles Ergebnis für die Zoe. Soll es gewesen sein an der Stelle. Es ist schon wieder dunkel. Ich muss mir schon wieder selber hier Licht machen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich weise nochmal darauf hin, jeden Montagmorgen 8 Uhr gibt es natürlich die News mit Schwung. Und jeden Freitag 18.30 Uhr, sofern verfügbar, den Q-Check nach den Next News. Da könnt ihr einfach dranbleiben. Und ich werde jetzt in Zukunft natürlich noch ein paar andere Videos bringen zum Thema ID.3 zum Beispiel. Da kommt was Spannendes auf mich zu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denkt ans Abo. Also das kostet nichts. Und für mich und für andere YouTuber ist das immer ganz wichtig. Und auch der Daumen. Der Daumen hoch, das ist der Applaus für uns YouTuber. Da auch gerne mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.